Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr länger Teil des Problems sein, sondern ich möchte Teil der Lösung sein. Wir konsumieren zu viel, wir besitzen mehr, als wir eigentlich brauchen. There are almost as many smartphones on the world as there are people at the moment. You can have that vision of less consumption. But the problem is that you have to do that from a position of being part of a system that works in an old way. Im Augenblick tun wir so, als hätten wir zwei Planeten. Dem müssen wir etwas entgegenstellen, Modelle, die wieder Resonanz ermöglichen. If companies would actually be able to have social and environmental values the same level as financial values, that would have a really big impact on the world. Kooperation war das evolutionäre Erfolgsticket des Menschen. 10% der Salariere, die von Kooperativen in France sind, ist das möglich, ich denke. Wir müssen alles zusammenfassen. Das ist das, was man jetzt sieht, dass es Frauen und Männer gibt. Was nimmst du das? Gender Balance. Gender Balance. Alle Produkte in hier sind alle lokale produziert, saisonal und alle organisch. Der faire Preis, der kommt meistens nicht zustande, wenn die verarbeitende Industrie nur auf den eigenen Vorteil schaut. Lässt sich sowas auch auf Europa übertragen? Hier wird ersetzt vom Gedanken des Teilhens. Mit so einer Beziehung, da könnte noch wirklich eine andere Welt rauskommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020